Willkommen zu einem neuen Video von Lekimlol. So, jetzt habe ich erstmal lauter gestellt. So, das ist mein Super BMW. Der sieht zwar jetzt ganz harmlos aus, aber er hat es in sich. Was mir aber nicht an diesem Fahrzeug gefällt, ist die Höheneinstellung. Und die Lenkempfindlichkeit. Und er muss harmlos aussehen. Finde ich. So. Wie viel haben wir? Ah, 200.000. Können wir uns in dem hier ein Geld, so wo wir immer Geld bekommen, kaufen. Das ist ein bisschen. Papa hat das nicht so ganz gut. Also theoretisch kann auch Papa ein Mädchen spüren. So, jetzt gibt es die Stelle. So, jetzt geht es die Stelle. 51.000 51.000 mit euch sprechen, das konnte ich davor nicht. Manchmal gab es ein Tonausfall und dann habt ihr nichts gehört. Das merke ich meistens richtig, ich merke es halt nur danach. Das merkt euch. Ich fahre fast 300. Stellig gesagt gar nicht verstanden. Da brennt, dann verzahnt sich alles so ungelaufen. Das muss ich auch noch nicht verstanden. Das kann ich nur mal am Straßenverkehr einfangen. Ich nehme meine, das ist einfach so. Ich werde die Zunge auch mal in den Nennern machen. Dann habe ich die Zunge und den Nennern geraten. Nimm mich dankend. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, das ist nur ein Durchgang, wo man auch durchlaufen kann. Das ist wiederum nicht so cool. Ich spawne in einer anderen Stadt, beziehungsweise in einer anderen Map. Wo wir waren und da gibt es sicher auch was. Das ist nicht so cool. Das ist ja bremst. Er rammt mich einfach nicht. Das ist nicht so cool. 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 Das ist sehr schön. Und hier will ich mich drücken. Das ist eine Mehrkreiserei auch, aber jetzt kommen wir hoch. Ich mache einfach mit Gäste. 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 Ich mache 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 mit Gäste. Jetzt habt ihr wenigstens mit den Begleitungen. Und ihr kennt ja den hier. Ja. 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 Oh, okay. Soll ich das mal machen? Ah, bitte. Dieses 1 will ich kurz vernachschauen. Ich hab sogar was gebraucht. Ich finde hier ist die schönste Gegend. Aber hier fahren noch weniger Autos. Das ist nicht die schönste Gegend. Beziehungsweise weil es übersät mit Geld ist. Jo, schon 423 Euro. Das ist nicht die schönste Gegend. Wow, wow, wow. Dann ab auf die Autos rein. Dann ab auf die Autos rein. Das ist nicht die schönste Gegend. Hey cool, hier ist ja ein Tunnel. Ich glaube, das kennen die wenig zu leben. Dann wende ich und dann bin ich weg. Die sind nicht mehr. Das ist eindeutig zu lang. Nein, ich kaufe die nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.